Hiho und willkommen zurück meine lieben Burgbau und Burgeroberungs- oder Verteidigungsfreunde, je nachdem. Ja, zur Carsten-Story. Äh, ja, ich bin gerade im Pause-Modus, weil ich seh, weil als wir aufgehört haben, schien hier die Kacke am Dampfen zu sein. Hier sind Gegner, da sind... Also du bist ein Großer, was bist du? Bist du auch ein Großer eigentlich? Also du bist ein Großer Böser und du bist, glaube ich, ein Normaler. Und hier ist er unten, seid... Kleine und Normale, hm. Ja gut. Der eine Brickthorn hier, der wird nicht überleben. Nein, wird er auch nicht. Oh, stimmt ja, da war ja was mit dem... Ja gut. Jei... Ja gut. Ja gut. Ja gut. Das war einer meiner Schützen. Ich glaube, wir werden sterben. Ja, ganz ehrlich, ich hatte eigentlich vor, jetzt etwas aggressiver zu sein und einfach Punkte einzunehmen, aber wie ihr seht, wir schaffen das wahrscheinlich nicht mehr. Wir haben unsere gesamte Armee verloren. Die nehmen immer mehr Punkte ein. Ja, ich versage, wir brechen hier mal dieses Spiel ab. Zurück zum Hauptmenü, bitte. Und ich würde mal sagen, wir entspannen uns ein bisschen jetzt, indem wir mal wieder freies Bauen nehmen. Also die ganzen Spielstände, die ich hier habe. Löschen wir mal. Der Erroberungsmodus ist ganz nett, aber tut mir leid. Beim aktuellen Stand, den das Spiel hat, ist er einfach zu anstrengend und nervig. Wir haben das Problem, wir haben nur 15 Bricktrons, das ist ein bisschen zu wenig für den Erroberungsmodus. Wir können uns nicht gleichzeitig verteidigen, die Wirtschaft aufrechthalten und angreifen. Entweder wir bereiten einen großen Angriff vor, aber dann werden wir von der anderen Seite wahrscheinlich überrannt. Oder wir verteidigen uns, dann leidet unsere Wirtschaft aber drunter und wir werden irgendwann ausgedünnt. Oder wir haben unsere Wirtschaft, aber können uns nicht verteidigen oder angreifen. Deswegen entweder Invasion oder Sandkasten. Aber bevor ich mich mal wieder an den Invasion wage, wollen wir uns mal wieder ein bisschen wieder im Sandkasten austoben. Im Invasion haben wir ja ein bisschen zu argen Stress, um schön bauen zu können. Und das ist ja eigentlich die Quintessenz des Spiels. Burgen zu bauen, schöne Burgen zu bauen, große Burgen zu bauen und so weiter. Und das würde ich eigentlich auch gerne mal wieder machen. Ähm, ich muss mir nur überlegen, auf welcher Map. Das war die Map, die wir gerade eben hatten. Plateau, Mount Royal. Tortuga hat mit so vielen kleinen Inseln. Pineburg. Ah, eine fertig gebaute Festung. Kolibri, Zuma. Nehmen wir Zuma. Da haben wir auf jeden Fall Platz zum Bauen. Komorebi. Exil. Äh, gehen wir mal kurz zurück. Eroberung. Hatten wir Dings genommen? Ähm. Welches hatten wir nochmal? Ja, genau. River Reigns. Oder River Reigns. Zwei Brit-Torn-Dörfer, ja, schöner Schreibfehler. Ich glaube, das hier ist eigentlich auch eher eine Map für 2 gegen 2. So viele Punkte, wie es da gibt. Wäre da hätten wir eine andere Map nehmen müssen. Gut. Also, hab ich den Sandkasten wieder. Stepping Stones. Invictus hatten wir schon ein paar Mal. Kolibri. Nehmen wir einfach mal Zuma. Oder was haben wir noch? Rosi Valley. Exil Nova. Ist mir ein bisschen zu groß. Quasar. Hat hier komische gelbe Sachen. Kairos. Big Island. Apex. Und Twabbled Heaps. Die Karte von Version 0.2. Eigentlich hätte ich gerne, weil... Ich probiere mal den Pioneer Pass aus. Da eine Wüsten-Map. Das sieht nämlich auch mal nach Abwechslung aus. Eis-äh, Schnee-Map mit Helix hatten wir ja schon mal. Und mit Quasar hätten wir eine Mischung aus Eis und Grünfläche. Aber ne, nehmen wir mal Pioneer Pass. Und jetzt werden wir uns halt hauptsächlich um Großindustrie bemühen. Ich muss zugeben, das Spiel hat sich seit der Alpha, die ich damals gespielt habe, oder den Prototypen. Ich war ja Baker, das habe ich ja schon mal erwähnt, äh, schon sehr gemausert. Weil damals gab es kein Eisen. Damals war Glowstone, also das, was hier in der deutschen Version Schwefel heißt. Nur dazu gut, um es in Fässer zu packen. Man hat halt blaue und, äh, gelbe Edelsteine gefunden. Die blauen haben, wurden von den Bricktrons zum Heimkristall gebracht, um neue Bricktrons zu spawnen. Ähm... Die gelben halt wurden in Fässer gepackt, die dann irgendwann zu explosiv fässern wurden. Und ich glaube, irgendwie konnte man auch Laternen aus denen machen. Ja. Gut, ich bin bereit. Äh, das ist schon mal ein bisschen doofer Startpunkt, aber ist okay. Nichts zu tun, ja. Wir müssten ja nicht unbedingt die Burg im Sandkasten-Modus... Ähm... Hier um den Heimkristall bauen. Wir können sie auch woanders bauen. Wir könnten zum Beispiel hier die ganze Fläche abtragen. Um den Heimkristall herum nur unsere Lager errichten. Ja, das wäre eine gute Möglichkeit. Gucken wir mal. Erstmal brauchen wir wie immer Bäume. So. Dann brauchen wir einen Hackblock. Und schon mal jede Menge Lager. So. Na, ich denke mal ein Platz zwischen den... Also ein Feld zwischen den Lagern reicht. So, wie gesagt, ich plane jetzt schon mal ein großes Deal. Dass wir Platz haben. Wir brauchen nämlich sehr viele Steine. Und sehr viel anderes Zeug. Ja, Steine gibt's hier auch bereits. So. Du akzeptierst du Bretter. Du akzeptierst erstmal auch nur Bretter. Du solltest auch nur Bretter akzeptieren. Du auch. Und du Gras. So. So. Ihr akzeptiert Stein. Gut, da wir eben gesagt haben, dass wir im großen Stil arbeiten wollen. Und dann gibt's auch einen zweiten Hackblock. Neben dem ersten. So. Steine, Steine, Steine. Gras. Eisen. Noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Nee, welche, die Holz akzeptieren, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich wüsste, ich könnte... Ah, ich kann sie alle auswählen. Aber geht immer nur bei einem. Nee. Nee, geht bei allen. Cool. Ah, Eisen hier. Na gut, weil der hat immer wieder dazu. Hier sind alle. Ja. Gut, die ersten Steine sind da. Nur nimmst du das mal da weg. Bringst du es da hin. Gut. Gut. Das heißt, als nächstes... Tunneln wir uns mal... ...nach oben. Wir wollen nämlich auf das Plateau hoch. So. Und dann... Hoppala. Jetzt habe ich das abgerissen. Mist. Machen wir es so. Achso, wir haben es nicht abgerissen. Der Todel ist da. Gut. Wir müssen halt dieses Plateau hier abtragen, damit wir wirklich Platz zum Bauen haben. Oder diesen Berg, wie man es nennen möchte. Oder. Da ist das Bauen. Hier ist ein Bauen. Punkt. 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 und ja wir werden auf jeden fall für steine noch weitere lager brauchen die können wir leider nicht im vorfeld auswählen aber schon mal praktisch dass wir das so machen können hier wird kein holz abgelagert steine werden schon mal gemacht gut wir sollten eigentlich gucken dass wir die drei umliegenden dinger einnehmen damit wir schneller bricht von kriegen dafür bräuchten wir halt ein altar und ich habe gar keine ahnung was ein altar kostet ein stein holz ist das glas oder eisen jetzt sieht nach eisen aus ja ist eisen das heißt wir müssen hohe röfen bauen ja doch so dürfte das gehen und nehmen die hochhöfen ihre jeweiligen gegenstücke also ihre lager so dann werden wir schon mal ein paar steinchen los ich sehe schon wir brauchen noch mehr steine für lager für die steine wir wollen ja nachher auch im großen stil bauen also errichten wir hier unten auch noch lager da kommt eisen drauf eigentlich und da sollte eigentlich glas drauf kommen ich glaube eine reihe nehmen wir dann noch für holz das ich sehe schon mal